Aktuell wird das historische Strategiespiel Rome 2 von Creative Assembly CA heftigst mit negativen Reviews auf Steam gebranntmarkt, einem sogenannten Review Bombing. Zuvor schicke ich voraus, dass Rome 2 noch immer, obwohl es bereits Ende 2013 erschien, sich großer Beliebtheit erfreut und an den Wochenenden locker über 10.000 aktive Spieler aufweisen kann. Es besitzt also schon eine sehr große Fanbase und eine äußerst kreative Community von Modern, ähnlich wie bei dem Rollenspiel Elder Scrolls V Skyrim. Doch was ist hier geschehen? Am 13. August 2018 verfasste eine CA-Mitarbeiterin, die gleichzeitig Community-Managerin ist, ein Posting bei Steam. Als Hintergrund, im Steam-Forum war eine heftige Diskussion darüber entbrannt, ob Frauen das historische Setting des Spiels zerstören, da es nach Meinung einiger User viel zu viel weibliche Generäle gäbe, angeblich. Die CA-Forums-Moderatorin Ella sah sich daraufhin veranlasst, den betreffenden Thread zu schließen. Und sie postete, dieser Thread ist ein völliges Durcheinander, weshalb ich ihn schließe. Wir haben Bannen gegen jene veranlasst, die wiederholt gegen Steam-Community-Richtlinien verstoßen. Wir haben schon früher gesagt, dass die Total-War-Spiele historisch authentisch, jedoch nicht historisch akkurat sind. Wenn euch weibliche Einheiten so sehr stören, dann könnt ihr sie mit Mods entfernen oder einfach nicht spielen. Natürlich kann man geteilter Meinung sein, sich so durch das zitierte Posting so rigoros zu äußern unter dem Aspekt der Community-Pflege. Und dieser Post war in dieser Hinsicht bestimmt nicht gerade förderlich. Zudem gab es kürzlich einen vergleichbaren Fall. Siehe den Post eines EA-Mitarbeiters Patrick Soderlund im Juni 2018 im Zusammenhang mit Battlefield 5, der Lapidar schrieb, wenn ihr keine Frauen in Battlefield 5 mögt, kauft es nicht. Tja, dieser Mitarbeiter musste seine Sachen packen. Im Steam-Forum fordern aktuell noch immer User, besagte L von CA zu feuern. Ja, diese besagte L hätte vielleicht doch besser mit den harten Fakten herauskommen sollen. Wie sie es dann im folgenden Post vom 25.09.2018 tat, ja offensichtlich wohl etwas zu spät. Ich fasse diesen Post mal kurz zusammen. Der besagt, dass die Chance, dass weibliche Generäle bzw. Kandidatin dafür angeboten werden, etwa bei 10 bis 15 Prozent liegt. Und dass es manche Fraktionen gibt, zum Beispiel die Griechen, die Römer, die Kartager und einige asiatische Fraktionen, die können überhaupt keine weiblichen Generäle aufstellen. Eine Ausnahmebild, das Königreich Kusch in Afrika, da besteht die Chance zu 50 Prozent. Das ist allerdings historisch bedingt und auch wohl verbürgt. Weiterhin kann die Quote von Moddern beeinflusst werden. Und es gibt auch schon Mods diesbezüglich im Steam-Forum. Eine nennt sich Patriarchen-Mod und die ändert diese betreffenden Quoten. Weiterhin schreibt sie, sie hätten keinerlei Pläne, das in einem zukünftigen Patch zu ändern oder zu entfernen. Meine Meinung, mal abgesehen davon, dass ich mit der Preispolitik von Sega, was die Rome 2 DLCs betrifft, nicht einverstanden bin, denn für fünf Jahre alte Kampagnen wie Cäsar in Gallien oder Hannibal noch immer 15 Euro zu fordern, naja, das finde ich nicht angemessen, aber das ist ein anderes Thema. Trotzdem, wie manche Gamer sich in den Foren benehmen, vor allem bei Steam, ist nicht akzeptabel. Das weiß ich auch aus eigener Erfahrung. Manch beleidigen, diskriminieren und beschimpfen Entwickler und andere Forumsmitglieder, nur weil diese eine andere Meinung vertreten. Solche User gehören verbannt. Basta. Nein, CA macht bestimmt nicht alles richtig. Etwa, dass sie viele Mods mit Updates einfach zerstörten in der Vergangenheit, aber immerhin pflegen sie noch ihr Produkt. Will sagen, das Spiel Rome 2. Und nicht umsonst erfreut sich Rome 2 noch immer größter Beliebtheit. Tja, und was wäre der Strategiespielsektor ohne CA? Nein, das ist eine geradezu paradoxe Vorstellung, der ich mich nicht hingeben möchte. Apropos Paradox, jüngst hat sich auch der Chefdesigner Johann Anderson von Paradox Interactives zu der Situation geäußert, dass Spieler sich über weibliche Generäle aufregen. Und er meinte dazu nur lapidar, die Leute, die sich über Rome 2 beschweren, sind ziemlich dämlich. Ja, denn bald erscheint ja auch das Spiel Imperator Rome von Paradox und auf dieses Spiel bezogen meinte er, Frauen würden nur dort auftauchen, wo es historisch auch verbürgt sei. Naja, warten wir es mal ab. Aber in einem Punkt muss ich ihm halt zustimmen, diese hysterische Aufregung darüber, dass Generäle mit Frauen besetzt werden können, finde ich ebenfalls ziemlich dämlich. Das war's. Veivictis. Man sieht sich der Argonaut. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.